Niedersachsen will für Schüler, Azubis und freiwilligen Dienstleistende ein 29-Euro-Ticket einführen, das für ganz Deutschland gelten soll. Die bisherigen Schülertickets beschränken sich nur auf einzelne Regionen in Niedersachsen. Wir haben in einem ersten Schritt sehr erfolgreich das Deutschland-Ticket auf den Markt gebracht. Das zeigen jetzt die Zahlen auch im Juni. Wir haben bundesweit 11 Millionen Tickets verkauft. Das ist eine richtige Erfolgsgeschichte und wir haben uns hier in Niedersachsen darauf verständigt, dass wir eben dann ein rabattiertes Deutschland-Ticket für Schüler und Azubis auch anbieten wollen. Und das ist das Ziel, da im Sommer 2024 mit ersten Gruppen starten zu können. Die Landesregierung will jetzt mit den Kommunen und Verkehrsbetrieben Gespräche aufnehmen.